sexy spiele eingepinkelt mit der besten freundin eigentlich soll es ein ruhiger nasserotischer urlaubstag für lian werden dann aber kommt der alles verändernde anruf die beste freundin hat sich aus ihrer wohnung ausgesperrt zudem muss sie ihre drehen pinkeln woraufhin lian ihr heilig den ersatzschlüssel bringt allerdings ist ihre blase ebenso prall gefüllt wie die der freundin diese und noch viele lustvolle geschichten mehr findest du frei zum lesen auf unserer homepage edition minus augen punkt de